Blattzeit in der Oberförsterei Podanin Im Forsthaus Jagderovo wurde ich bereits erwartet. Vor zwei Jahren hatte ich hier auch zur Blattzeit Johannes von der schwäbischen Ostalp kennengelernt. Seit Jahren führt er eine alpenländische Dachsbracke, mit der er häufig zu Schwarzwild Nachsuchen gerufen wird. Seine Leidenschaft gilt jedoch der Jagd auf den Rehbock. In den folgenden Tagen begleitete ich ihn und Jakob mit der Kamera. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Weidmannsheil Der Raptor halt Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020